Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GTA. Wir nehmen mal Kano. Cion Corbrio. Ah, Human Labs spielen wir. Ich habe mal bei mir die Kamera rausgesch... Rausgesteckt? Damit die mich nicht hören. Möchte gern... Möchte man regelmäßig. Möchte man mit der EMP nach der Seele schon mal weggekommen. Gute auf der Elbeerheids-Empfälle. Ein Boot da da, die Sie als Tender nutzen können. Das ist ein Böcke. Die EMP ist auf dem Meer. Aber geh erst nach Elbeerheids-Empfälle. Enjoy this moment of calm before the storm. It won't be an actual storm according to my weather app, but there will probably be explosions and waves. What are those people that are playing? Hopefully not you or the plane we're after. Only the bad guys will crash into the sea. It will be uplifting but dramatic as well. So yeah. Enjoy the calm. I think that's fair in a team and not... See, this is why I have a shock. I am not going to die. Well, that's not a mission, will I just bring you up, of course. We are in the Vereinigten Staaten of Los Santos and if someone comes to the village, there will be a chance. Friendship is not going to die. Is there anyone wrong? Kopfschuss! Fertig! You have the Polenta on the nose, but... Who cares? Team Leben 1. Yeah, they have to be stressed here. I would have had Danny's car in his car too. But as it is, I would have had to go in there. Daddy! Will I kill you? I am really excited about that. I am really excited about who is here. I am just about to cry, but I am really excited about that. I am really excited about that too. Because I am really excited about that. I am really excited about that on the map. If the mission can go longer than 20 minutes, I am just going to chance. Then there will be a quick start. So, schön mit Schulterblick und so, wie man so gelernt hat, in Los Santos Fahrschule. Die gab es fast an Andreas. Ach, die sind hinter mir. Ich bin später losgefahren. Man muss vor seinen eigenen Teamkameraden Angst haben, dass er ein Abknall ist. Haben die auch nicht geschossen? Hätte nichts damit zu tun, dass ich nicht fahren kann. Wir hätten ihn fahren schon. Jo, ich kann nicht fahren. Dann fahren wir mal hin, mein Freund. Das war schon eine komische Hinfahrt. Ich weiß nicht, was ein EMP ist, richtig? Ein Elektromagnetisches Puls. Es geht weg und schreit alle Elektrikte in der Nähe. Sie halten es in einem Hydra-Jumpjet. 40-jährige Technologie. Aber etwas Neues würde sich auf die Klinik betreffen, und es wird von der Puls. Ja, ich weiß. An Insurgent und an EMP sind nicht standarde equipment für ein Raid. So. Ah, warte. Ich denke nur noch kurz was. Oh, warte. Na ja. Sicht ändere ich mal. Wir sind ganz außerhalb vom Meer. Wahrhaftig. Ich hätte mich auch anstrengend. Das muss auch schaffen. Und... Nichts Thieves. Auch ein gutes Gelegen. Klappt schon. Oh. Warte. Sind wir hier auf dem Kriegsschiff oder was? Steht das hier sonst auch immer? Ich weiß nicht gar nicht. Gib dich zum Boot. Zum Kriegsschiff. Unsere Einsatznisse. Ja. Warte. Mehr mehr. Ich werde dich aber sicher. Ich werde dich aber versuchen, Oh, schade, dass man die Kisten nicht durchschießen kann. Ach ja, ich dachte, er wäre schon längst tot. Alarmstufe Rot. Wenn wir gut zusammenhalten, dann können wir es auch schaffen. Jo, ich mache hier mir eine Panzerfaß rum. Das wäre auch gut, wenn wir hier auch Dings finden würden, kann man... Leben, zum Beispiel. Medipack. Rüstung. Ne? Das wäre schon hilfreich. Das ist Leben. Ich hole erst mal Leben. Hydra, das sind alles Hydra. Was? Wo ist denn der? Ach, da ist Rüstung. Cool. Cool, cool. Stiel die Hydra. Witch. Eskortiere die Hydra zum Übergabeort. Ja, yeses, Kinder, Maria, Jesus. Sie haben die Hydra. Schrapple Jets. Schrapple Jets. San-Kudo-6 in Bedrohung. Wir werden deinen Flugzeug holen. Wer wäre ich denn, soll ich denn klauen? Scheiße. Ach, nicht aus ihrem Wackpool. Was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Scheiße, Kampfschätze. Ich habe einen weniger wunderschönen Blip auf meinem Schraub. Wie komme ich denn hoch? Scheiße. Wie, Mann, ich bin der einzige... Ach, da vielleicht. Ich bin der einzige Depp, der hier nur rumgammelt. Mann. Wird genau abgeschossen. Schalt die Kampfschätze aus. Ja, klar, hier ist... Immer ich, ey. Katastrophe hier. Geh rein. Alter. Jo, ich sterb jetzt noch. Mann. Ich raff das nicht. Ist blöd. Geh rein. Die Jets sind vier Jahre altes als die Hydra. Keep going. Die Jets sind vier Jahre altes. Oh Gott. Geh rein. Geh rein. Dann holen wir die Hydra, und wir schauen uns an den EMP. Warte! Das ist scheiße gelaufen! Scheiße! Ach, hier geht's auch noch durch! Ach, da geht's auch hoch! Na, bis ich das find hier, dann ist es schon... Aha! Wäre schon besser gewesen, wenn es hier Richtungsanzeigen geben würde oder so. Ich hab nix gewusst! Jo! Ach, toll! Meeehnschenskinder! Warte! Ich such da wie blöd unten rum! Ich bin halt der Spätzünder! Ich bin halt der Spätzünder! Warte! Warte! Ich bin halt der Spätzünder! Ich bin halt der Spätzünder! Naja! Lieber später als gar nicht! Ach, lol, echt! Das sah gut aus, das sah gut aus. Jaaaa. Da kann man sehen, was ich kann. Egal, ich hab's versucht. Allzeit bereit, wow. Ich hab noch einen Krieg. Also ich mein, Kriegen ja, aber nicht, dass ich... Geil, geil, geil. EMP kommt aus dem Jett und zurück ins 4x4. Wir benutzen das Jett, um Geld zu machen, destabilisieren ein Öl-State. Und wir prämpfen den Insurgent, um zurück zu der Meriweather-Fleet. Jetzt, du, wir gehen auf Phase 2. Und das bedeutet, den Insurgent... Tja, ich schock irgendwo noch im Himmel rum. Grüße Gott. Hey, careful with that thing! Und so... Oh, was ist denn der für rote Augen hier? Details are on your board. Your board at the apartment. Go! Ja, tschüss, ich komm noch... Ich komm noch angeflogen hier. Eieieiei, hab's, hab's, hab's. Pfff, das war ja... dumm. Trotte habe ich Silber? Alles klar. 1.4800. Juniorpunkte. Das war ja ein Schuss in der Ofen hier. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach du Scheißen. Ach, da ist ne Tür. Da ist ne Treppe. Ah, da ist ein Gegner. Oh, hier sind wir in der Luft, naja. Ich hab's nicht alle. Ich hab's echt nicht alle. Jetzt müssen sie alle nach der Mission auf mich drauf gehen. Boom, boom. Ich hätte gern die alle abgeknallt. Die in der Luft waren. Die Jäger. Die Hydras. Die Kampfjets. Ja, bestimmt toll gewesen. Okay, okay. Ich kenne die Mädchen. Geh mal. Aber nein. Ich finde den Ausgang. Aber nein. Aber nein. Ich finde den Ausgang. Ach. Bin ich auch mal angekommen. Toll. Ich bin. Arschloch. 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 Schreie Ich warte auf den Zug, der nach nirgendwo geht Da So, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen Cowboys und bis zum nächsten Mal, tschau